Willkommen bei Mexiko Anleitungen und Tutorials. Heute zeige ich dir, wie du ein Amazon Fire Tablet zurücksetzt. Zum Beispiel um es zu verkaufen, zu verschenken oder weil du es einfach mal wieder ganz so haben möchtest, wie es ursprünglich von Amazon kam. Ich mache das an einem HD7 Tablet, es funktioniert aber bei den anderen Fire Tablets von Amazon ganz genauso. Ich habe die aktuellste Betriebssystem Version 5 installiert. Dabei wird wirklich alles von deinem Tablet gelöscht, also deine ganzen Daten, deine installierten Apps, Spiele, Spielstände und so weiter und natürlich auch dein Amazon Konto und falls du irgendwas davon noch brauchst, sicherst du es am besten vorab irgendwo. Um das Tablet dann zurückzusetzen, fährst du mit dem Finger vom oberen Bildschirmrand nach unten, dann kommt ja dieses Schnellzugriffsmenü und dort kannst du auf Einstellungen tippen. Hier unter Einstellungen findest du Geräteoptionen, da tippst du drauf und dort ist auch schon der Punkt auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Einfach drauf tippen. Hier siehst du jetzt nochmal, was alles gelöscht wird, wenn du dir also nicht sicher bist, dann lese nochmal genau nach, steht alles da, was gelöscht wird und dann bestätigst du mit Zurücksetzen. Wenn du jetzt doch nicht willst, kannst du noch auf Abbrechen gehen, das ist die letzte Möglichkeit dafür, ansonsten Geld setzt. Also drücke ich auf Zurücksetzen und dann schaltet sich mein Fire-Tablet aus und beginnt mit der Zurücksetzung. Dieses Löschen und Zurücksetzen dauert so ungefähr 10 Minuten, kommt wahrscheinlich auch ein bisschen aufs Gerät an. Ich würde dir dringend empfehlen vorher den Akku ganz aufzuladen oder es vielleicht sogar an den Strom anzuschließen und diesen Vorgang auf gar keinen Fall zu unterbrechen. Bei mir hat es so ungefähr 5 Minuten gedauert, wie gesagt, das heißt, es kann 10 bis 15 Minuten dauern, je nach Gerät wahrscheinlich und jetzt ist alles zurückgesetzt. Wenn du dein Gerät verkaufen oder verschenken willst, bist du jetzt auch schon fertig, dann kann sich der neue Besitzer da anmelden. Ansonsten geht es wie folgt weiter. Wir sehen hier die ganz normale Sprachauswahl, können jetzt die Sprache auswählen und das Land, in diesem Fall Deutschland und auf Weiter tippen. Dann kannst du jetzt ein WLAN-Netzwerk auswählen und das Kennwort eingeben. Das Kennwort steht in der Regel auf deinem WLAN-Router drauf, heißt meist WIP, WPA, WPA2-Schlüssel oder auch einfach WLAN oder Netzwerkschlüssel. Hast du dein Kennwort dann eingegeben und die Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen und Sonderzeichen beachtet, dann kannst du hier auf Verbinden drücken. Und nun musst du nur noch dein Amazon-Kundenkonto eingeben, meist deine E-Mail-Adresse und dein Kennwort, beziehungsweise wenn du noch gar kein Amazon-Kunde bist, kannst du auch hier auf diesen Neu bei Amazon-Link klicken, auf Los geht's und dann gehst du auf Weiter. Wenn du dich übrigens mit deinem Amazon-Kundenkonto wieder anmeldest, mit dem du davor dort auch schon angemeldet warst, dann stellt es einige Sachen aus der Cloud wieder her, also z.B. die Gerätesicherung, wenn du das möchtest, aber auch z.B. zusätzlich angelegte Benutzerkonten. Einen Link zum günstigen Kauf der verschiedenen Amazon Fire Tablets findest du unten in meiner Videobeschreibung. Solltest du noch Fragen haben, poste sie unten in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen, bitte gib mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, keine Angst, das kostet nichts, das bedeutet nur, dass du von YouTube informiert wirst, wenn es von mir neue Videos zu sehen gibt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.